... kurz bevor wir aus dem Haus gegangen sind. Ja und? Der Anruf kam aus London. Er ist unwiderruflich im Ruhestand. Moment mal, Liebes. Also nochmal. Ganz von Anfang an. Ihr bekommt einen Anruf. Das Telefon klingelt. Es geht um einen Job. Ja. Und die wollen mich? Ja. Das Telefon klingelt.